Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahreshoroskops. Jetzt schauen wir uns an, wann ihr besonders schöne Zeiten mit den Liebesplaneten Venus und Mars habt, aber auch, wann es kritische Phasen für die Liebe gibt. Außerdem gehe ich auf die Tendenzen für den Januar ein. Mit den Monatshoroskopen geht es dann ab dem Februar weiter. Aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten, die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir anfangen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 mit sämtlichen Zahlen und Daten zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit an den Videohoroskopen und natürlich an diesem Jahreshoroskop. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch, also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Wahrscheinlich startet ihr mit vielen beruflichen Projekten ins neue Jahr, denn Jupiter und Mars stehen bei euch im Sonnenhaus der Karriere. Darüber kann es zu Konflikten kommen, zum Beispiel mit nahestehenden Menschen, die finden, dass ihr zu wenig Zeit für sie habt oder mit Leuten, mit denen ihr im Job zu tun habt. Haltet durch und lasst euch nicht provozieren, denn in der Zeit vom 26. Januar bis zum 17. März geht der Mars in einen günstigen Aspekt zu eurer Sonne und dann bekommt ihr viel leichter, was ihr wollt. Der Neumond am 17. Januar fällt in euer zwölftes Sonnenhaus. Als Thema für die Neumond-Meditation bietet sich an, dass ihr darüber nachdenkt, woran ihr glaubt und wo ihr einen spirituellen Halt findet, gerade im Hinblick darauf, dass es ein sehr turbulentes Jahr für euch werden kann. Gute Nachrichten gibt es von der Venus, die vom 18. Januar bis zum 10. Februar durch den Wassermann läuft und euch dort mit Liebesenergie verwöhnt. Die Sonne geht dieses Jahr am 20. Januar morgens um 4.09 Uhr in den Wassermann und versorgt euch dann für vier Wochen mit Energie und Vitalkraft. Während dieser Zeit ereignet sich am 31. Januar eine totale Mondfinsternis und die fällt auf eure Beziehungsachse. Wenn ihr noch Solo seid, bringt das für euch gute Chancen, jemanden kennenzulernen. Aber die Mondfinsternis hat auch ihre Tücken, denn die Venus im Wassermann und eure Sonne stehen am absteigenden Mondknoten. Das kann ein Liebesthema aus der Vergangenheit wieder zum Vorschein bringen, was euch seelisch aufwühlen kann, weil dafür in eurem jetzigen Leben vielleicht kein Platz mehr ist. Es ist aber auch eine Chance, euch mit der Vergangenheit nochmal zu verbinden und auszusöhnen. Das ist eine Zeit, in der viele karmische Begegnungen möglich sind. Doch passt darauf auf, dass bestehende Beziehungen nicht gefährdet werden. Geburtstagskinder, achtet bitte darauf, wenn ihr euren Geburtstag feiert und Leute dazu einladet, dass ihr nur bloß niemanden vergesst. Denn diese Konstellation zeigt auch an, dass eine Person sehr betroffen ist, wenn sie sich ausgeschlossen fühlt. Und es kann dauern, bis sich das wieder eingeregt hat, denn die Mondfinsternis wirkt noch bis zu drei Monate weiter. Vom 7. bis zum 30. März gibt es dann einen sehr schönen Venus-Aspekt für eure Sonne aus dem Zeichen Widder heraus und der spricht von den schönen Seiten des Freundeskreises und netten gemeinsamen Unternehmungen. Auch beruflich ist das vorteilhaft für euch, denn ihr bekommt wichtige Informationen zugespielt und könnt euch ins rechte Licht rücken, um einen guten Eindruck zu machen. Am 15. Mai beginnt dann die Phase, wo der Mars in euer Zeichen geht und dann reißen die Aufregungen bis zum Herbst nicht mehr ab. Ihr spürt das erst mal, weil eure Kräfte steigen, euer Schwung und auch eure Lust auf Sex. Es läuft rund, vor allem Mitte Juni, weil da nämlich die Venus dann auch in euer Partnerhaus geht. Und das ist eine sehr schöne und attraktive Energie, die dann in euren Begegnungen entsteht. Und zwar gilt das auch fürs Geschäftliche. Dann macht das Verhandeln nämlich Spaß. Und wenn ihr Solo seid, verstärken sich eure Flirtchancen. Allerdings steht ja weiterhin der absteigende Mondknoten bei euch im Zeichen und das bedeutet, ihr müsst darauf achten, dass eure Anliegen auch berücksichtigt werden. Dabei dürft ihr aber nicht aggressiv vorgehen, denn der Mars in eurem Zeichen legt nahe, dass ihr euch schnell aufregt. Euer Gegenüber hat durchaus Lust, etwas mit euch auf die Beine zu stellen und die Sache hat auch Potenzial. Deshalb lohnt es sich, die Ruhe zu bewahren und gleichzeitig ganz diplomatisch darauf zu bestehen, dass Geben und Nehmen im Gleichgewicht sind. Wenn ihr das beachtet, könnt ihr ganz tolle Begegnungen erleben. Und wenn ihr auf der Suche seid, solltet ihr euch die Zeit vom 16. bis zum 22. Juni im Kalender anstreichen. Vom 26. Juni bis zum 27. August wird der Mars rückläufig und da gibt es einige heikle Phasen für euch. Er aktiviert dabei den absteigenden Mondknoten bei euch im Zeichen und das ist der Punkt der Vergangenheit und des Karmas. Das kann zum Beispiel anzeigen, dass in einem Konflikt bei euch starke Emotionen ausgelöst werden, die vielleicht mit der aktuellen Situation gar nichts zu tun haben, sondern aus der Vergangenheit kommen. Währenddessen ereignet sich dann auch noch eine totale Mondfinsternis am 27. Juli und das wieder bei euch auf der Beziehungsachse. Wenn ihr da nicht aufpasst, kann es zu einem emotionalen Konflikt kommen, der euch persönlich und auch beruflich Schwierigkeiten bringen könnte. Da müsst ihr also gut auf euch aufpassen oder gleich in Urlaub fahren, um dem Problem aus dem Weg zu gehen. Anfang August geht ja dann auch die Lilith in den Wassermann und verbindet sich dort mit dem Mars. Es ist gut möglich, dass ihr dann sehr kompromisslos und abweisend reagiert, was euch aber nicht unbedingt einen Vorteil bringt. Das gilt dann besonders für die erste Dekade, aber ich nehme an, alle Wassermanngeborenen werden das spüren. Der Vorteil ist auf der Gegenseite, solange sich der aufsteigende Mondknoten im Löwen befindet und es wird schwer für euch zu gewinnen. Deswegen, auch wenn es euch widerstrebt, versucht diplomatisch und taktisch geschickt vorzugehen. Ab dem 13. August tritt etwas Beruhigung ein, denn dann verlässt der Mars den Wassermann und läuft erstmal ein Stück zurück in den Steinbock. Er wird dann am 27. August wieder direktläufig und geht vom 11. September bis zum 15. November noch einmal im Vorwärtsgang durch euer Zeichen. Dann steht ihr nicht mehr so auf der Bremse und die Dinge kommen wieder in den Fluss. Alles gute Gründe, im Sommer nicht durch einen Konflikt berufliche oder auch private Beziehungen zu gefährden, die euch wichtig sind. Ab dem 7. August und bis zum 9. September bekommt ihr dabei Unterstützung durch die Venus, die sich dann in einem Harmonieaspekt zu eurer Sonne befindet. In dieser Zeit würde sich eine Urlaubsreise anbieten, die würde euch gut tun und für Harmonie und Ablenkung sorgen. Ganz ausgestanden sind die Spannungen aber dann immer noch nicht, denn auch die Venus wird noch rückläufig und zwar vom 5. Oktober bis zum 16. November und dabei steht sie teilweise in Spannung zur Wassermannsonne und in eurem 10. Sonnenhaus der Karriere. Hier gleich um den 10. Oktober rum auch noch in Spannung zum Mars, der bei euch im Zeichen steht. Also das ist eine durchaus heikle Zeit und das könnte Schwierigkeiten anzeigen, wenn ihr mit jemandem aus der Chefetage angebundelt habt oder auch durch eine weibliche Vorgesetzte, die vielleicht ein Auge auf euch geworfen hat und ihr wollt oder könnt euch da aus guten Gründen nicht drauf einlassen. Vom Aspekt her kann es auch ganz allgemein nochmal eine Wendung in der Liebe anzeigen, vielleicht weil eine Geschichte aus der Vergangenheit nochmal hochkommt. Egal was passiert, wartet mit endgültigen Entscheidungen für eure Beziehungen und auch Freundschaften möglichst noch ab bis nach dem 16. November. Dann seht ihr wieder klarer und die Aufregungen lassen nach. Und außerdem habt ihr ab dem 8. November Glücksplanet Jupiter auf eurer Seite, denn der geht dann in den Schützen und das für 13 Monate steht er in einem super Aspekt zu eurer Sonne und dieser Aspekt verspricht Entspannung, Versöhnung und tolle Chancen für die Zukunft. Das war der große Überblick über eure Highlights und die kritischen Phasen des Jahres 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meinen nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal zwölf Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar, um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.